Ein planetarisches Willkommen zurück zu einem neuen Video hier auf diesem Kanal. Und heute, Leute, kriegt ihr nach all der Zeit endlich diesen kleinen Zusammenschnitt vom absolut chaotischen und wilden Ender-Drachen-Kampf von Minecraft Connect. Bleibt dran und viel Spaß dabei. Ich hoffe, ich will das Pferd super checken. Ich will das Pferd nicht töten. Weißt du? Hast du Rüstung? Ich brauche keine Rüste. Hallo Galileo. Geistiger, ist der Ender-Drachen. Nein! Schnapp den neu. Mach ihn fertig. Der erste geistige Tutsch. Was sagen Sie zum Start des Kampfes gegen den Ender-Drachen? Nee, jetzt macht er wieder seine kaltene News-Folge. Wo ist er? Ich will auch interviewt werden. Wo ist er? Ich will interviewt werden. Hallo. Hallo. Ich grüße meine Mama. Ich grüße meine Mama. Hilfe. Hilfe, die Nachricht zu werden. Nein, wer spammt, das ist dieses scheiß Spike-Less, Digga. Gut für alle. Ah, da ist er. Nicht Spike-Less, das Spam. Ich bin Blitzer, ich bin Blitzer. Oh, Blitzer, oh. Oh, die Ghostbusters sind auch schon hier, wie ich sie sehen kann. Sonn. Okay, seid ihr alle ready? Yes. Irgendwie. Ich muss zum, hör mal auf. Er wird uns führen. Ey, Gold ist das hier. Okay, alle mitkommen. Let's go. Ja. Let's go, ab zum Drachen. Ins Portal. Das geht nicht. Komm, neues Abenteuer macht da von uns. Ach du Scheiße, was ist das? Nicht das Pferd. Wir passen nicht alle rein. Ich schaffe es, ich schaffe es. Oh nein, ich hab's nicht durch. Oh Gott. Raum, Kampf, Sport. Oh, das Typ bin ich auch bekommen, ist ja cool. Oh mein Gott. Oh, wir haben es geschafft. Du hast das Licht ausgemacht, Mann. Komm, unsere Pfeile. Ja, mach, mach, mach. Rein, zin, zin. Rein, zin. Rein, zin, zin. Rein, zin, zin. Rein, zin, zin. Rein, zin, zin. Let's go. Ja, Opfergabe. Rein, zin. Rein, zin. Rein, zin. Oh. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Hilf mir. Nein. Geil. 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 Nein. Komm her, du. Komm her, du. Geil. Lass. Let's go. Ender Drachen Raghu für alle. Endlich zu Hause. Meine Prüche. Alle guckt. Zorgenlos am Angucken, Enderman. Minecraft. Ender Drachen Raghu für alle. Ich hab wohl irgendwo einen angeguckt, mehrere sind mehr auf mich. Juckt mich nicht. Oh mein Gott, ich hab so Angst, ob sie da wegzufallen. Der hat keine Ahnung. Komm zu mir, komm zu mir, der angeguckt hat. Komm zu mir. Zu wem? Zu mir. Ich baue doch grad hier was. Wer ist hier? Hier. Ach da. Bleib nicht hier unten einfach. Da kannst du dich wählen. Boah, instant. Bin tot! Bin tot! Bin tot! Bin tot! Bin tot! Tod Rems! Du hast Tod Rems! Äh, Blaui ist schon weg. Ich bin auch grad hoch. Kannst du Wasser platzieren? Blaui ist auch durch. Stuck an, als er angekommen ist mit seinem Pferd, hatte er keine. Ne, er hatte keine Ahnung. Wie viele haben wir jetzt schon weg? Kannst du dir erklären. Zwei sind noch übrig. Haben wir alle? Zwei ist noch übrig. Nein, einer ist noch übrig hier beim großen Touren. Wo ich gerade bin. Kommt noch Enderman, jetzt kommt noch. Zwei ist noch übrig. Nein, 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 nein. Nein, Gold ist safe. Die ersten Verluste. Es war klar. Ich hab's. Oh, scheiße. Nein, eins ist noch, eins ist noch. Oh mein Gott. Junge, der macht ja miesen Damage. Der kotzt, der kotzt. Wäre ja nur noch nett, wenn irgendjemand die Items safe war. Ich werd, bis der Enderdrachen tot ist. Nicht wirklich da sein. Hop, 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 hop. Sommert das Bier. 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 Oh man, ich hab meine Flaschen vergessen. Ich hab meine auch. Ich hab's in die Enderdrachen gelegt. Der beste Enderdring, komm. Let's go. Komm, ich schieb ihn ab. Das ist krass. Ich hab einen Punkt. Ich hab einen Punkt. Ich hab einen Punkt. Mach die Bitch fertig. Warte mal. Wisst ihr ja nicht, wie das Achievement für das es gekommen hat? Heißt, nimm einfach Fliegel auf. Kann ich auch eins haben, Sam, bitte? Ja, ja. Ich hab, ich hab, ich mach grad richtig viele. Hilfe. Gib mir eine Flasche, gib mir eine Flasche. Ja, die Flasche für die Flasche. Kommt der noch mal mit, dann kommt der noch mal mit. Bist gar nicht, Richard. Ist der Boss fast tot, Junge. Ja, im Raw, er kann das nicht. Er ist mitten im Void, ne? Das was? Oh nein. Ist der Wasser dabei? Ja, irgendein, irgendein, nein, nein, der ist mitten im Void. Dann müssen wir den gleich mal safen, aber mit Wasser und so. Ja, Irgendwas hat den T reingeworfen und deswegen wurde der mies in Glück geschleudert. Mies so dead. Wissen nicht. Hat der das gemacht? Echt wiss. Der muss sich eigentlich töten lassen, damit man weiß wer es ist. Ich leb immer noch. Ich leb immer noch. Ich leb immer noch. Ich hab gesagt, er soll kurz Rejoin und dann den Quartz geben. Na gut, weil dann machen wir da gleich Wasser hin, damit er wieder joinen kann und sich savent. Ja. Das ist der Weg. JAAAHHH! JAAAHH! Wie macht die! JAAAHHH! Ich, ich brauche die XP nicht! Ich habe 84 noch. JAAAHHH! Ich! XP! JAAAHH! Ich hab das Drainlack! Jaaaa! 40 Level! Ich krieg jetzt Geist직 da oben! weißt du wo ein getaway ist ja hier ist eine ich bin 10.000 blöcke weit weg von dem ersten leute so viel zu elitra und dem ganzen ender brachenkampf ganz kurz und knackig und auch ein bisschen chaotisch wie man es nun mal von connect und mir kennt aber leute natürlich ist auch noch ganz viel anderer stuff passiert in diesem stream das heißt wenn ihr das ganze nicht verpassen wollt dann schaut einfach mal oben rechts rein dort habe ich den stream verlinkt dann könnt ihr das ganze auch noch nachholen wenn es euch interessiert und ansonsten geht es jetzt weiter wieder an den let's play planet der vergangenheit und zart mod das soll es mit diesem stream gewesen sein ich hoffe er hat euch gefallen wenn ihr euch gefallen hat das gerne einen planetarischen daumen nach oben da und gerne auch ein abo wenn ihr kein connect oder andere projekte verpassen wollen ja leute macht gut wir hören uns die tage wieder eine wunderbare gute nacht und ist dann macht's gut gut väx ja väx ja tat te växrar väx우드 化